Ananas und danach Erdbeeren. Und Apfel? Oder Birne? Aber ich liebe Apfel und Birne. Apfel-Birne. Nee, Apfel liebe ich. Birne habe ich Allergie auch. Das ist so funny, dass du das sagst. Warum sagst du dann Apfel-Birne? Ich habe nie Apfel-Birne gesagt. Apfel-Dirne habe ich gesagt. Wir können recherchieren. Apfel-Birne? Apfel-Birne? Lass die Leute entscheiden in den Kommentaren. Was hat er gesagt? Apfel-Birne habe ich gesagt.